Peace Leute was geht? Wir kommen auf unseren Kanal und heute Fortnite Packs für Fortnite und abonniert den Kanal und vergisst nicht die Glocke abonniert und schafft ja auch liken und damit ihr keine weiteren Videos verpasst und ja und sein Kanal ist ja News mit UTM wie ihr wisst und mein Kanal ist Meeting Games aber wir machen nur noch Videos auf seinem Kanal weil ja er kann leider keine Videos mehr hochladen ja ja ich würde mal sagen let's go wir labern sich dran rum rum und jetzt starten wir so let's go wer bessere entweder wer bessere Kartas gewinnt ja ich muss erstmal okay er macht nur Spaß er macht nur Spaß das nimmt Zeit hier unsere Frisur auch noch ey guck mal meine Zeit boah guck die Schweine strich so Autobahn aus diesem Loch soll ich machen versuch mal okay ich hab keine langen Nägel schneid die immer so guck so hier 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 deine Karten danke würd ich mal sagen ja bitte würd ich mal sagen ja boah und direkt mal eine Spitzhacke boah und noch so ein Thanos Hammer oder so ja episch hier und hier dann zwei noch eine Spitzhacke boah hier und boah das äh diesen Slashy ja das ist dieses ja dieses Ding und der erste Skin ja das ist den Kaugummi den hatte ich schon ja der hat Kaugummi in sein ja ich hab den doppelt ich schenk den meinem Kunden danke oh einen neuen den hatten wir letztens gar nicht so eine Puppe und der hatte letztens Kaugummi gegessen so sieht es aus wenn sie auf deinen Kopf gekocht ja münchen wirklich ja mhm ja 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 boah mhm dann haben wir nochmal den der ist blau und zeig mal von den anderen warte mal kurz warte mal kurz boah hier nochmal mhm seht ihr's und so und jetzt machen wir mal ja ja das ist nur die Polizei mhm hier einmal das zeig die von anderer Sicht damit ihr auch sehen könnt wie cool der aussieht ja der ist fresh und behindert ja obwohl der Pommesmann den hab ich jetzt auch ich dachte dass der nicht der Pommesfrau oh den hab hast du den? ich glaub nicht ich hätte den doch das war doch der erste äh von letztens also das ja stimmt ja das war meine erste karte wohl erst pack ja und ähm ja da haben wir noch den vormittrag rocket launcher mit rocket launcher so den hatten wir auch noch nicht so und jetzt machen wir mal meinen ja der dieser nacken hier auf meinen nacken Junge der hat richtig gezwiebeln ok jetzt reicht der hat richtig ah ok 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 das macht mein Bruder irgendwann nein Junge ok ganz einfach aufmachen ok als aller erstes haben wir schon mal eine Spitzhacke hier so eine ja so ja so das sieht echt cool aus schreibt mal in die Kommentare was für was was euer Lieblings äh Skin äh von Fortnite ist und und schreibt mal in die Kommentare äh was euer beste Skin ist ok die kommen die Spitzhacke ja als nächstes haben wir noch eine Spitzhacke ja ähm äh so ein Ding die blau noch eine boah eine Eule die ist auch äh äh blau echt cool aus so ja ein nächsten Skin boah ok die hatten wir auch noch nicht ja epic dames ja der ist epic wie ihr seht der hat irgendwelche Hörner auf an seinem Kopf ja so Drachen ja ja das ist dieser Drache mhm hier warte warte mach du mal weiter kurz warte kurz warte kurz hier ist eh schon eh schon eh schon ja hier so und ja den sehe ich auch er telefoniert hier hier ist ein Hai ein Hai ein Hai so mit Skar ähm hier noch einer den hatten wir auch noch nicht äh hier oh ok krass warte kurz ok so leute ich habe kurz zu kommen dann haben wir noch so einen Bananen Skin für Brax und Brax ist seine Frau auf jeden Fall ja und hier von der Sicht nochmal Spitzhacke hier ist chill count ich chill nicht das wiss ich ja Lisa macht chill hier so so ja 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 und und dann noch das letzte peg mensch ich 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 ok mach mal auf warte ich 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 ach so wo geht das ja ich haben noch Eiskönigin ja ich 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 mich ich es ich 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 Hü Was ist der Pferd? Der Zickstack! Der Zickstack! Der Zickstack! Ja! Das ist ein Einhornpferd! Ey, wir haben! Den hatten wir doch! Ersten Fortnite Video! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So! Wow, krass! Echt krass! Und dann hier nochmal! Eine Pussy! Ein Mädchen! Und hier! Armbroof! Ich hab sie nicht wieder gehabt! Nein, Harnsamm! Ist hierm Armbruch? Ok! Huchsescheinedísät gewesen! Haarmen! Also ich hab noch mal das für dich! guck mal diese Haare an! Guck mal diese Haare an! Was ist das?! Das Kacka! Das ist Herramsamsam! Hier noch mal die Karte, die hatte ich letztens auch! Boah, die hatte unser Freund Liamo, ne? hier unser freund jano und letzte karte einmal ja ich würde mal sagen das was mit dem video ja und ich habe in die kommentare welches kann oder spitzverkehr am geilsten fand und ja ich würde schon sagen tschung